In diesem Video möchte ich euch zeigen, was unsere Produkte so besonders macht. Die Rede ist von unserem NTC. Das bedeutet ausgeschrieben Nährstofftransportkonzept. Denn das Nährstofftransportkonzept bringt die Nährstoffe genau dorthin, wo sie gebraucht werden, wenn sie gebraucht werden. Und das auf die Zellebene. Wie ihr es beispielsweise bei unserem Hardduo sehen könnt, was vergleichsweise sehr, sehr gut in Wasser löslich ist, das gibt es nicht oft in dem Bereich, ist es hier so, dass wenn ihr es trinkt, es dort ankommt, wo es gebraucht wird. Probiert es aus. Es gibt bei uns spürbare Resultate und das ist auch das Einzige, was ich euch sagen kann. Probiert es aus, denn das Einzige, was zählt, ist euer persönliches Resultat und euer persönliches Wohl. In diesem Sinne, fitte Grüße und beste Gesundheit. Euer Sascha.